Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen im Hexenhaus. Weshalb der Podcast? Naja, das Podcast-Format finde ich einfach irgendwie heimeliger und viel gemütlicher. Man kann auch Themen mehr in der Tiefe behandeln, etwas mehr darüber nachdenken. Also ich kann besser nachdenken, wenn ich nicht in die Kamera schauen muss. Und ihr könnt das ja natürlich einfach beim Autofahren oder Kochen anhören oder euch sonnen. Also in meinen Augen lauter Vorteile. Ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, höre Podcasts eigentlich viel lieber, als dass ich Videos schaue. Und noch ein Vorteil, im Podcast sieht man nicht, wenn ich total verpennt bin. Also mit zunehmendem Alter ist das Podcast-Format wahrscheinlich die viel vernünftigere Idee. Es ist auch viel stromsparender. Wir sparen Energie und Energie ist auch das Thema der heutigen Folge. Bevor wir anfangen, möchte ich aber noch etwas sagen. Das ist nicht nur mein Podcast, nein, das ist auch euer Podcast. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt mir. Ihr könnt mir auch Audioaufnahmen schicken, Sprachnachrichten. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Info. Ich freue mich über eure Hexenhaus-Post und werde versuchen, eure Beiträge mit einzubinden in den zukünftigen Folgen. Es gibt eine Reihe von Themen, die mich beschäftigen. Also generelle Lebensthemen, spirituelle Themen, die eigene Entwicklung, die jetzige Zeit und so weiter. Und ich weiß aber, dass es nicht nur mir so geht. Und heute möchte ich vor allem über Energieverlust und Energiemangel sprechen, weil das gerade sehr aktuell ist. Aber es gibt sicher Dinge, die euch vielleicht beschäftigen, wo ihr noch nicht wirklich den Platz gehabt habt, diese Fragen zu stellen. Vielleicht kann ein Medium da ein bisschen helfen, vielleicht kann die geistige Welt da ein bisschen helfen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir schreibt. Heute aber zu unserem jetzigen Thema. Eigentlich wollte ich sagen, jetzt zu unserem heutigen Thema. Also ob das mit dem Nachdenken wirklich so viel besser ist ohne Kamera, werden wir ja sehen. Ich wollte heute über den Mangel sprechen. Das Thema Mangel ist ja generell auf unserem Planeten ein beherrschendes Thema. Also wir wachsen ja eigentlich schon in so einem Mangeldenken auf. Wir empfinden oft einen Mangel und derzeit ist das ganz stark präsent. Also der Mangel von außen wird dichter und somit spüren wir auch den inneren Mangel immer mehr oder verstärkt. Unsere Schwachstellen melden sich mit doppelter Lautstärke. Es sind jetzt energetisch recht anstrengende Zeiten und da ist es besonders wichtig, sich damit zu beschäftigen. Okay, wo bekomme ich meine Energie eigentlich her? Wie generiere ich Energie? Aber auch, was passiert dann damit? Wo verliere ich sie vielleicht? Und gerade wenn es bestimmten Menschen nicht gut geht, neigen sie sehr stark dazu, an andere anzudocken. Das Wort Energie, Vampire, mag ich nicht so gern, obwohl ich es auch in diesem Podcast verwenden werde. Einfach aus dem Grund, weil ich mal annehme. Vampire wissen, dass sie Vampire sind. Also wenn sie wen beißen und der blutet aus dem Hals, ist ihnen sehr wohl bewusst, das ist vielleicht nicht so gesund für den. Für das Opfer ist das nicht schön. Energievampire sind sich dessen nicht unbedingt bewusst. Also die haben eine Strategie, an Energie zu kommen, bei der sie andere Menschen brauchen, bei der sie ganz stark auf andere Menschen angewiesen sind. Aber sie kommen tatsächlich oft nicht auf die Idee, dass das irgendwem schadet. Die haben das vielleicht immer so gemacht, die sind das gewohnt. Also die machen das nicht unbedingt aus Boshaftigkeit. Was aber nicht heißt, dass wir das zulassen müssen. Oft habe ich Klienten, die kommen mit dem Thema Energiemangel zu mir und manchmal ist das tatsächlich echter Energiemangel. Aber manchmal hätten sie genug Energie, also sie würden genug Energie generieren, aber sie haben dann zu wenig, weil sie sie ständig verlieren. Also sie essen gesund, sie meditieren, sie investieren viel in ihre eigene Entwicklung, sie arbeiten an sich und trotzdem fühlen sie sich ständig ausgelaugt oder kommen nicht in ihre Kraft, weil sie sich dauernd die Energie absaugen lassen. Also sie versorgen die Umgebung, den halben Wiener Wald mit Energie und wundern sich dann, warum habe ich denn zu wenig? Und da ist es wichtig, sich diese energetische Ein- und Ausgabenrechnung genauer anzusehen, weil es bringt natürlich nicht viel, wenn wir viele Einnahmen haben, wenn wir viel Energie generieren, wenn da dauernd ein Loch ist und wir total viel Energie verschwenden. Und es ist nun mal so, wir verlieren oft Energie an andere Menschen. Das ist im persönlichen Kontakt so, aber auch ganz, ganz stark in den sozialen Medien. Und gerade jetzt tritt eben dieses Energiesaugen wirklich verstärkt auf. Also manchmal hat man das Gefühl, die Leute zucken komplett aus und schmeißen sich auf jeden Happen Energie, der da so verfügbar ist. Also als wäre es das Apokalypsenbuffet gerade und man auf der Jagd nach dem letzten Lachsbrötchen. Und das Gemeine an der Sache ist aber, dass einem das oft nicht auffällt. Also es kann sein, dass wir an jemandem Energie verlieren und es nicht sofort merken, sondern manchmal erst Stunden später oder auch Tage später. Das macht es dann auch so schwierig, den Zusammenhang zu erkennen. Je besser man sich selbst spürt, also je mehr Bewusstheit da ist über das eigene Energiefeld, desto schneller fällt einem das generell auf. Also wenn jemand bei uns andockt. Aber natürlich gerade in stressigen Zeiten ist es so, dass wir das erst später merken, weil wir oft auch nicht ganz bei uns sind. Also in der U-Bahn, während der rechte Sitznachbar Musik hört und der linke ein Kebab isst, ist es schwer, bei sich zu bleiben. Vor allem, wenn man noch 14 Termine an einem Tag hat. Trotzdem ist es gut, diese Mechanismen zu kennen. Sobald ich das weiß, kann ich da auch viel besser aussteigen. Oder ich kann das abstellen. Und wichtig ist halt, es kann sein, dass einem das natürlich nicht immer gleich gelingt. Also schaut da liebevoll auf euch. Es geht nicht darum, euch dann innerlich zu bestrafen. Jetzt ist mir das schon wieder passiert. Je öfter ihr das merkt, desto öfter könnt ihr das auch abstellen. Aber in manchen Situationen ist es nicht immer möglich, das sofort zu unterbinden. Und das ist auch okay. Wichtig ist dann nur, sich nachher sozusagen wieder zu regenerieren. Wichtig ist aber zu erkennen, welche Menschen können das sein, die mir Energie absaugen. Und da finde ich es besonders tückisch, weil manche Menschen sagen ja, okay, wenn jemand ein hohes Energielevel hat, dann ist alles gut. Also wenn jemand sowieso schon voller Energie ist, dann sind wir da in Sicherheit, der saugt uns bestimmt keine Energie ab, weil er hat ja eh so viel. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Weil die Frage ist eher, erstens, was für eine Energie ist das? Und wo kommt die Energie eigentlich her? Also hat diese Person einen inneren Generator, einen inneren Energieschatz oder braucht sie ganz viel Energie von außen? Also das Tückische an dem Ganzen ist, dass Menschen, die einem Energie absaugen, eben oft sehr energievoll wirken können. Zumindest nach außen hin. Sie sprühen förmlich vor Energie. Sie sind sehr laut. Sie können sehr extrovertiert sein. Aber die Frage ist halt, okay, mit welcher Energie sprühen sie da? Kommt das wirklich von innen? Haben die so viel und teilen das dann gern? Oder brauchen die einfach sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Energie von außen? Also Energievampire sind nicht immer so schwache, kleine, arme, hungrige Vampirchen, die gar keine Energie haben. Es können Menschen sein, die nach außen hin eben sehr laut, sehr selbstbewusst, sehr extrovertiert wirken. Also manchmal merkt man das ja, Menschen, die sich in Wirklichkeit unsicher fühlen, haben manchmal so eine aufgesetzte Fassade, dass sie sehr stark auf ihre Körperhaltung achten, dass sie eben besonders laut reden. Aber oft ist es in Wirklichkeit eine Fassade. Und das ist ein großer Unterschied, ob das wirklich von innen kommt, aus einer inneren Kraft heraus, oder ob das nach außen gerichtet ist, um in Wirklichkeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Weil ihr wisst ja, die Energie folgt eurer Aufmerksamkeit. Also wenn jemand ganz viel Aufmerksamkeit haben will, ist dann natürlich die Frage, okay, was steckt da dahinter? Und natürlich vor allem, was macht das energetisch mit euch? Wichtig zu wissen ist nämlich, dass das Zuhören in Wirklichkeit Energie geben ist. Wenn ich jetzt jemandem zuhöre und ich finde das interessant, das ist eine Information, die mich weiterbringt, oder es ist etwas Lustiges, ja, also einfach etwas Humorvolles hebt ja auch schon unsere Energie. Es ist etwas, das mir generell gut tut, dann ist das ein sehr gesunder Energieaustausch. Wenn ich aber jetzt jemandem zuhöre und da ist in Wirklichkeit gar keine Botschaft dahinter, beziehungsweise der will nur meine Energie, die einzige Botschaft, die da ist, ist ich, 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 dann ist das natürlich kein besonders günstiger Energie-Deal, also für uns von dieser Seite aus gesehen. Was wir eben oft vergessen ist, ja, dadurch, dass Menschen oft sehr laut sprechen können, die rhetorisch gut unterwegs sind, das wird oft sehr als energievoll wahrgenommen. Es kann aber oft unterschwellig sehr viel Energie saugen. Und in Wirklichkeit kann es sein, dass solche Menschen, die eben nach außen sehr extrovertiert wirken, innen oft sehr energiebedürftig sind. Und deshalb müssen sie auch so viel Aufwand betreiben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also auf Social Media, da braucht ihr nur reinschauen, das ist richtig ein Spielfeld dafür. Wir bleiben jetzt mal beim persönlichen Kontakt, also wie das abläuft. In persönlichen Kontakten wichtig ist aber nur einfach zu wissen, auch wenn das Reden sozusagen das Aktive ist nach außen. Und natürlich im Bestfall hat der, der etwas zu sagen hat, sich da auch irgendwie vorbereitet oder Energie reingesteckt. Wenn ich einem Vortrag zuhöre, da ist ja viel Energie reingeflossen. In einen Podcast kann sehr viel Energie fließen, in ein Konzert und so weiter. Das heißt, da gibt es ja wohl auch Energie, die gegeben wird. Aber manchmal ist eben die Frage, welche Energie wird da weitergegeben? Was steckt denn dahinter? Und eben, wir sollten uns auch immer daran erinnern, dass das zuhören, auch wenn es passiver ausschaut, da geben wir Aufmerksamkeit. Also das ist sehr wohl auch Energie geben. Also ihr schenkt jemandem eure Aufmerksamkeit, die ist wertvoll. Und jetzt ist aber die Frage, was bekommt ihr dafür zurück? Wenn ihr jetzt eine Freundin trefft und ihr tauscht euch aus, was mit euch so passiert ist in den letzten Wochen, ihr lacht miteinander, ihr erzählt einander etwas Interessantes, ihr erfährt vielleicht etwas Lustiges, dann ist das ein sehr positiver Energieaustausch. Also das stärkt im Bestfall beide Seiten. Man geht beschwingt wieder heim, man kann sich auch gleich wieder treffen. Es geht euch gut danach. Aber manchmal ist es so, da trefft ihr jemanden oder telefoniert mit jemandem und danach fühlt man sich regelrecht ausgelaugt, weil wir zugetextet wurden oder weil eben nur einer gesprochen hat, ohne viel darauf zu achten, ob uns das überhaupt interessiert oder der sich ständig beschwert hat und mit seiner negativen Energie rumgeschmissen hat. Und dann ist das überhaupt nicht ausgeglichen. Dann bekommt einer viel mehr Energie, als er eigentlich gibt. Und das ist auf Dauer natürlich nicht besonders gesund, in Wirklichkeit für beide Seiten. Das heißt, nur weil das Energielevel hoch ist von jemandem, heißt das in Wirklichkeit noch gar nichts. Viel wichtiger, was das Energiesaugen betrifft, ist meiner Meinung nach die Energieautonomie. Also wie autonom ist jemand in seiner Energiegewinnung? Braucht die Person viel Energie von anderen Menschen oder kann sie das selbst? Also wie autark gewinnen wir unsere Energie? Habe ich eine eigene Photovoltaikanlage oder muss ich ständig Strom vom Nachbarn stehlen? Ein hohes Energielevel kann bedeuten, dass ich sehr wohl so gut mit mir selbst verbunden bin, dass ich allein dadurch schon viel Energie habe, dass ich gut auf mich achte, dass ich viel Selbstliebe habe, dass ich gut nach oben verbunden bin, dass ich gut nach unten mit der Erde verbunden bin. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man einen eigenen Generator sich geschaffen hat, aber es kann eben auch bedeuten, dass ich ständig die Aufmerksamkeit anderer Menschen brauche, um mich wohl zu fühlen. Was ich eben sagen will, das Energielevel alleine als Kriterium hilft uns dann auch nicht wirklich weiter. Wir brauchen die Energieautonomie dazu. Und ihr erkennt Menschen mit einer hohen Energieautonomie daran, dass sie sehr selbstverantwortlich sind. Also die kümmern sich einfach um ihren Kram. Ihre Energie bleibt auch sehr stark in ihrem Feld. Also die schmeißen nicht damit herum, wenn sie schlecht aufgelegt sind. Die müssen sich nicht an anderen aufladen oder eben abreagieren. Das heißt, das können Menschen aus eurem Umfeld sein, die vielleicht sogar ein niedrigeres Energielevel haben als ihr, aber sie saugen euch nicht aus, weil sie eben da sehr autonom sind. Also die halten Grenzen gut ein, ganz automatisch, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und es kann sein, dass sie sich überhaupt nicht für energetische oder spirituelle Themen interessieren. Also das schützt einen leider überhaupt nicht energetisch davor, ein Energievampir zu werden. Das ist ein bisschen so, wie wenn Leute Psychologie studieren. Also die haben ja oft den größten Schaden. Und so ähnlich ist das leider auch manchmal bei der Energiearbeit. Also nur weil sich jemand dafür interessiert, nur weil er vielleicht sogar ein Energieangebot hat, also im energietherapeutischen Bereich, heißt das noch überhaupt nicht, dass das nicht auch ein Energievampir sein könnte. Oft sind eben so bodenständige Menschen, die vielleicht gar nichts damit am Hut haben, also denen das alles wurscht ist, die haben oft einen viel natürlicheren Zugang, was dieses Geben und Nehmen betrifft. Die machen das einfach ganz automatisch. Aber Menschen, die einem Energie absaugen, die haben eben in Wirklichkeit eine niedrige Energieautonomie. Also auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt mag, aber die brauchen immer jemanden von außen, um Energie zu bekommen oder um ihr Energielevel zu halten. Ob das jetzt auf Social Media ist oder im persönlichen Kontakt, also das Muster dahinter ist recht ähnlich. Sie wollen einfach ganz stark eure Aufmerksamkeit und sie wollen vor allem mehr Energie von euch, als sie euch geben. Im persönlichen Kontakt zeigt sich das so eben, dass die Gespräche sehr stark kippen, im Sinne von, da gibt es kein Geben und Nehmen, weil einer die ganze Zeit spricht und der andere kommt kaum zu Wort. Also sie texten euch zu, obwohl euch das vielleicht überhaupt nicht interessiert. Also ihr gebt da schon gar keine Signale, dass das irgendwie spannend wäre. Das merkt man zum Beispiel, wenn jemand sehr viele unnötige Details erzählt. Also statt zu erzählen, ich habe heute die Susi im Billa getroffen und sie fährt auf die Seychellen, erzählen die, dass sie eigentlich Spaghetti kochen wollten, womit sie zum Billa gefahren sind, was sie da anhatten und so weiter. Also man wartet und wartet auf die Pointe und manchmal kommt auch gar keine. Und das ist aber energetisch sehr anstrengend, weil ihr wartet die ganze Zeit und ihr hört eben die ganze Zeit zu. Also sie breiten sich da richtig aus. Es kann aber auch sein, dass es einfach eher die Energie ist, also nicht nur die Zeit, sondern die Energiequalität. Das heißt, sie regen sich auf. Also sie sind sehr aggressiv im Sprechen, sie schimpfen herum. Oder auch sie versuchen mit so kleinen Sticheleien an eure Energie zu kommen, was halt am besten funktioniert. Also die haben oft richtige Unbewusste manchmal, aber sie haben Fühler. So kann man sich das vorstellen. Die spüren genau, wo bekomme ich mehr Energie? Also wie muss ich sprechen? Was muss ich ansprechen? Wie stelle ich das am besten an? Und das Wichtige dabei ist aber, es kann euch niemand Energie abziehen, wenn ihr das nicht irgendwie zulasst. Also es gibt dann immer einen Teil in uns, wo wir unter Anführungszeichen freiwillig die Energie abgeben. Es gibt da immer einen Haken, an dem sie andocken. Also wir machen da wirklich innerlich wie eine Tür auf. Meistens, weil in Wirklichkeit eine Wunde zum Beispiel in uns aktiviert wird. Also wir sind dann bereit, mehr Energie zu geben, als uns eigentlich gut tut, sobald dieser Knopf in uns gedrückt wird. Zum Beispiel, die Person ist traurig und wir können mit Traurigkeit selber nicht gut umgehen. Das heißt, wir wollen nicht, dass sie traurig ist, weil wir es selbst nicht aushalten. In dem Fall geben wir dann ganz viel Energie, wir wollen sie aufheitern, was auch immer, damit sie eben nicht mehr so traurig ist, damit die Traurigkeit aus dem Feld verschwindet. Oder wir sagen nicht Nein. Also wir ziehen keine Grenze, weil wir niemanden enttäuschen wollen. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir wollen nicht, dass jemand böse ist auf uns. Wir haben Angst vor Ablehnung und so weiter. Und wir versuchen dann aus dem Grund, alle rundherum zufriedenzustellen. Das heißt, wir übernehmen auch sehr viel Verantwortung für die anderen und kommen dann gar nicht nach. Also wir versorgen die ganze Umgebung mit Energie. Und das ist dann natürlich nicht besonders verwunderlich, wenn sie uns ausgeht. Und da ist es wichtig, sich anzuschauen. Okay, warum tue ich das? Was steckt da dahinter? Und was brauche ich, damit ich Nein sagen kann? Damit ich diese Grenze ziehen kann? Oft ist es nämlich so, dass die etwas in ihrem Feld haben, was uns eben entweder an jemanden aus der Vergangenheit erinnert oder auch eben an eine Wunde, die noch nicht ganz gelöst ist. Und gerade wenn man sehr empathisch ist, ist diese Grenze manchmal schwierig. Also auch ich bin noch dabei, das zu lernen. Es fällt mir zwar mittlerweile immer auf, aber abstellen kann ich es auch nicht immer gleich. Also ohne, dass mich das beschäftigt zumindest. Und da ist es wichtig, gut auf sich aufzupassen und sich eben anzusehen, wo falle ich da energetisch ins innere Kind, in irgendein altes Kindheitsmuster. Weil wenn das passiert, wenn so eine alte Kindheitswunde in uns aktiviert ist, dann machen wir im Außen ganz viel. Also wir versuchen dann energetisch irrsinnig viel auszugleichen, damit wir uns innerlich wieder gut fühlen können, damit unser inneres Kind wieder in Sicherheit ist. Und diese energieziehenden Menschen, die spüren eben oft, bewusst oder unbewusst, aber sie spüren, was am meisten Energie bringt, was am meisten Aufmerksamkeit bringt. Ob das jetzt eben Sticheleien sind, Vorwürfe oder eben eine bestimmte Energieart, die sie dann ausstrahlen, die finden oft genau die Stelle, bei der ihr dann anspringt. Also die sind auch sehr gut darin, manchmal dem anderen ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie eben gelernt haben, das bringt viel Energie. Also die sind so ein wenig wie Trüffelschweine, Mängelschweine, nur eben Mangelschweine. Also die haben selbst einen Mangel, aber sie sind irrsinnig gut darin, den Mangel in anderen Menschen zu erkennen und zu aktivieren. Das heißt, da ist es wichtig, eure Mängel zu kennen, euch selbst gut zu kennen, damit ihr da nicht reinfallt, weil es bringt nichts, euch irgendwie energetisch schützen zu wollen mit 400 Schutzhüllen und kosmischen Energien und so weiter. Ihr macht wirklich freiwillig dann diese Tür auf, wenn ihr eine bestimmte Energie ausgleichen wollt. Also da bringt auch der höchste Hightech-Schutz nicht und die tollste Tür, wenn wir sie ständig aufmachen. Und Menschen mit einer niedrigen Energieautonomie, die werden natürlich da besonders, wie soll ich sagen, dreist fast schon oder besonders verzweifelt in Wirklichkeit, wenn es ihnen nicht gut geht. Dann brauchen sie eben die anderen ganz stark, um sich wohl zu fühlen. Und das ist manchmal ein schmaler Grad, weil natürlich tut es gut, wenn wir ein Problem haben, mit anderen darüber zu sprechen. Wir brauchen ja oft den Austausch, weil das Reden selbst ja vieles klärt. Also wenn es einer Freundin von euch nicht gut geht, heißt das nicht, dass man dann sagt, du, das ist mir viel zu viel negative Energie, das will ich nicht hören, mit dir spreche ich nicht. Es ist nur einfach ein Unterschied, ob die Freundin generell ja die Verantwortung für sich selbst, für ihre Gefühle übernimmt oder nicht. Also es geht nicht darum, ständig und krampfhaft auf die Positivität auszusein, sondern dass einfach jeder seinen Rucksack trägt. Es ist ein Unterschied, ob jemand einfach etwas erzählt oder ob jemand von uns will, dass wir uns darum kümmern, dass wir das alles auf uns nehmen. Dass wir jemandem helfen, das ist überhaupt kein Thema, also das sollten wir auch tun, wie bei einer Wanderung. Manchmal geben wir jemandem die Hand. Wir haben vielleicht ein Blasenpflaster mit dabei, einen Müsli-Riegel. Vielleicht tragen wir sogar ein Stück weit den Rucksack, aber wir können nicht ständig die ganze Person mit ihren Sachen den Berg rauftragen, weil dann kommen wir auch selbst nicht dorthin, wo wir eigentlich hinwollten. Und es gibt einfach Menschen, die werfen mit ihrer negativen Energie einfach so im Raum herum, wie mit so einem Mixer ohne Deckel, wo der Deckel nicht drauf ist und der ganze Raum ist voller klebrigen Zeug. Und das Lustige ist, oft nehmen wir das ganz automatisch auf uns. Also wir kümmern uns dann um diese herumfliegenden, klebrigen Energieteile. Ohne darüber nachzudenken, muss ich das jetzt wirklich machen? Also das funktioniert oft so automatisch, dass es einem eben oft nicht auffällt. Und die Frage ist da wirklich, warum sage ich da nicht nein? Warum nehme ich das auf mich? Und wo habe ich das in der Vergangenheit so gelernt? Und der erste Schritt daraus ist natürlich, dass man das ein wenig beobachtet. Also da finde ich es immer wieder gut, sein Energielevel vor einer Tätigkeit oder vor einem Treffen zu checken und eben auch danach. Also wie ist es davor? Wie geht es mir vor dem Telefonat? Wie geht es mir vor dem Gespräch? Vor dem Reinschauen auf Facebook und so weiter. Und es muss uns eben zuerst mal auffallen, damit wir da achtsamer mit uns selbst umgehen können. Sobald uns ja klar wird, ah jetzt verliere ich Energie, können wir das viel besser stoppen. Und wir müssen uns da auch ein wenig verlangsamen, damit wir das überhaupt bemerken. Wenn man gerade von Termin zu Termin hetzt, und da muss man auch das erledigen und das erledigen und mit der Energie, mit den Gedanken gar nicht bei sich ist, merkt man das natürlich überhaupt nicht in dem Moment. Das ist dann der Fall, wo man es vielleicht als Tage später merkt. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, öfter so Energieübungen zu machen. Also einfach, dass man lernt, den Körper energetisch zu spüren. Das sind diese Erdungsübungen, diese Zentrierungsübungen. Das heißt, wir müssen ja zuerst mal wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir bei uns sind, wenn wir energetisch da sind, damit ich dann auch spüren kann, wie ist es, wenn jemand an mein Energiefeld will. Und damit wir es überhaupt bemerken, was wir da energetisch aufführen oder wenn jemand andockt. Und dazu müsste aber keine Meditationsmeister werden. Also da braucht man auch überhaupt kein Medium sein. Natürlich tue ich mir da jetzt vielleicht ein bisschen leichter, aber nicht, weil ich da irgendein besonderes Talent habe oder irgendeine Gabe, sondern einfach, weil ich das seit 15 Jahren schon jeden Tag tue fast. Also diese Energieübungen. Also das kann definitiv jeder. Jeder nimmt es natürlich ein bisschen anders wahr, aber lasst euch einfach nicht einreden, dass das nur ein paar Auserwählte können. Also das ist leider in dieser Branche manchmal so eine Unart. Ich habe als Kind schon Geister gesehen und ich habe so eine tolle Wahrnehmung und hin und her. Also wenn man das übt, dann kann das wirklich jeder und das eigene Energiefeld wahrnehmen sowieso. Also sobald man das spürt, spürt man dann auch den Unterschied. Und natürlich ist es gut, sich eben zu fragen, warum wir das tun. Oft sind das auch noch Dinge aus dem Familiensystem, also wo wir zum Beispiel einen Elternteil mit Energie versorgt haben, damit er für uns da ist. Dann haben wir das so gelernt, dann ist für uns Beziehung, ich muss ganz viel Energie geben, damit ich etwas Liebe erhalte. Manchmal ist es aus einer Angst heraus, manchmal tatsächlich auch als Gewohnheit und manchmal auch ein bisschen aus Größenwahn, also weil wir glauben, wir sind ja viel besser dran, dann werden wir etwas überheblich, weil wir glauben, der kann das ja sonst nicht alleine. Aber wenn wir es ständig tun, dann braucht die Person das ja auch nicht lernen. Also wir sind dann im Stillen verärgert, aber wir ziehen die Grenze nicht. Und für die ganz Tollkünen unter euch, also man kann das durchaus mal ansprechen, ich habe das in meinem privaten Umfeld schon gemacht, ein paar Mal zugegebenermaßen, also die Erfolgsquote ist dann überschaubar, aber es gab tatsächlich eine Person, die hat total cool darauf reagiert. Also die hat zugegeben, dass sie das gar nicht gemerkt hat, dass sie da Energie saugt, die hat darüber nachgedacht, die hat dahinter geschaut, warum sie das tut, also warum mache ich mich da ständig abhängig von anderen, warum bleibe ich da so stark im Kind, weil das ist schon sehr aufreibend. Da ist immer eine gewisse Unsicherheit da und auch eine Unzufriedenheit, so eine Latente, weil diese Menschen kommen ja auf diese Weise nicht in ihre Kraft, in ihre eigene. Wenn ich immer in diesem fordernden Kind bleibe, das immer von anderen etwas haben will, komme ich ja auch nicht in meine Kraft hinein. Also man bleibt dann irgendwie in dieser Trotzphase hängen, in einem gewissen Sinn und das ist definitiv nicht entspannend. Und da kann es auch total befreiend sein, wenn sie da in diese Selbstverantwortung, in die Selbstermächtigung kommen. Nur das müssen sie auch wollen und sie müssen auch offen dafür sein. Also ich hatte durchaus schöne Erfahrungen damit, das wirklich anzusprechen. Es kann funktionieren, ich habe es erlebt, aber meine persönliche Statistik im privaten Umfeld ist nicht besonders berauschend. Also einer anderen Freundin habe ich das dann auch gesagt, dass sie mit ihrer Wut so herumschmeißt und dass ich das nicht mag und da kam das überhaupt nicht gut an. Also die hat dann gemeint, ja man muss ja über Gefühle reden können, soll sie das schlucken? Also die wurde eigentlich noch aggressiver. Also es funktioniert nicht immer. Manchmal ist es aber einfach schön, das mal zu sagen. Nur, dass wir eben nicht immer eine freudige Reaktion darauf erwarten können. Manchmal hilft es auch nicht, sozusagen da weiter hinzuarbeiten drauf, dass sich da jemand anders ändert. Da können wir dann einfach unsere Energie darauf verwenden, auf uns gut aufzupassen. Also manchmal geht es auch nicht anders, dass man einen Kontakt einschränkt oder sogar abbricht. Das ist mir auch schon passiert. Und das ist nicht fein, weil natürlich als sympathischer Mensch will man niemanden enttäuschen. Aber wenn es dann schon zu toxisch ist oder wenn es uns schon so viel Energie kostet, wo wir sehr viel dafür tun, dieses Energielevel zu halten und dann wird das quasi nur abgesaugt. Also ich habe mein Erdbeerfeld, ich passe auf meine Erdbeeren auf, ich jäte, ich dünge, ich gieße und jemand anders frisst mir dauernd die Erdbeeren weg. Irgendwann muss man das abstellen, wenn man überhaupt noch irgendwelche Erdbeeren haben möchte. Das ist schwierig, weil man dann natürlich die Böse ist. Wer will denn schon die Böse sein? Ja, also außer in einem Hollywood-Film, wo man Geld dafür bekommt, für diese Rolle. Manchmal ist es aber tatsächlich notwendig. Und das ist dann nicht lustig draufzukommen, dass jemand, mit dem wir jahrelang zum Beispiel befreundet waren, sich in eine Richtung entwickelt, die einem selbst überhaupt nicht mehr gut tut. Also so ein Abschied, so ein Loslassen ist schwierig, aber oft notwendig und dann auch sehr befreiend, weil das natürlich für unser Energielevel oft wichtig sein kann. Das heißt, es ist immer wieder gut, sich das anzuschauen. Welche Personen in meinem Umfeld tun mir gut? Welche wünschen mir Gutes? Welche haben eine unterstützende Energie? Also auch, wenn Sie vielleicht etwas Kritisches sagen, aber wenn, dann sagen Sie das ja aus konstruktiven Gründen, damit etwas weitergeht im Positiven. Und wer zieht mich in Wirklichkeit runter? Also wer bedient sich meiner Energie, als wäre es so ein All-You-Can-Eat-Buffet, ohne das auch irgendwie wert zu schätzen oder irgendwie einen Ausgleich zu schaffen? Wichtig finde ich, sich immer wieder daran zu erinnern, in Wahrheit entscheidest du immer, was du mit deiner Energie tust und woher du sie bekommst. Es ist deine Entscheidung, wem du deine Energie gibst, wem du Aufmerksamkeit schenkst und mit wem du Zeit verbringst. Deshalb fühle ich mich heute besonders geehrt, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Falls du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, die Post im Hexenhaus ist offen. Ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst. Das nächste Mal werden wir die Energiefalle Social Media behandeln. Das ist nämlich auch so ein energiesaugendes Phänomen. Derweil danke ich euch sehr herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.